Es ist ein Meme! Christian! Mahlzeit Freunde und herzlich willkommen zurück zu Libra Speed Most Wanted Ausgabe Nummer 17 So, wir nähern uns langsam der Hälfte des Karrierefortschritts Wir sind jetzt bei 38 pro Trend 12% fehlen noch, dann haben wir die Hälfte geschafft Und im letzten Video haben wir ja wieder ein bisschen Kopfgeld gefarmt Wir haben über 600.000, fast eine ganze Million mitgenommen Ich glaube 941.000 Dollar kopiert war das in etwa Und ja, jetzt los mit den Rennen von Jewels Die Rennensiege müssen wir natürlich noch einfahren Und da haben wir jetzt überlegt, Leute, wir haben uns ja jetzt ein neues Auto schenken lassen Nämlich die Corvette Und die farben wir jetzt auch Da ist er Einfach, weil Äh, wenn wir die Maximalrennen fahren Sind wir dann mit denen auf Kopfstufe 1 Und wenn die Kopfschneider los Dann muss ich hier nicht diesen scheiß Trainer aktivieren Komm wir kommen mit der Corvette klar Ich hoffe, dass sie schneller als der BMW ist Oh Junge Da ist jetzt hier der erste Blitzding Oh, Blitzmeter Wie kommt denn ditte Oho 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 Achtung, Kanal 3 Haben mehrere Notrufe überrasert jetzt Ich muss sagen, die fährt sich doch ein bisschen sperrig Ja, in weltliche Richtung Auf dem Campus Circus Ein dritter, wat ist der bmw echt schneller als die korvette so dann sind wir auf fahrung stufe 1 ich dachte echt die korvette ist schneller jetzt so immer noch zweiter ich werde verrückt weil ich jetzt nicht erwartet dass die korvette so langsam ist aber wir sind erst da mit über 30 km h vorsprung gucken wir was halten können da ist der nächste also wir haben es schon mal geschafft auf den ersten zu rutschen ja nicht mal so schlecht der gestern erwartet der bmw beschleunigt deutlich schneller als die korvette da ist es leider so ich hoffe dass das reicht für den ersten platz so die sind wir los klar stufe 1 cops die sind natürlich relativ schwach oh da sitzt der wieder und wir sind erst da muss diese buster loswerden aber stufe 1 ist ja kein problem einfach hier lang so ich glaube jetzt muss abwarten also mit der korvette muss ich erst mal warm werden die fährt sich natürlich dort anders als der bmw so problem ist jetzt bloß dass die fallungstufe vom bmw im laufe der zeit jetzt von lawenia wird weil der lawenia gesucht wird aber es ist eben so wo wir haben garantiert noch irgendwo ein maximal rennen das ist das sprint rennen hier und dann dürfen wir den bmw wieder rausholen alter du mach dich vom acker hier ihr kriegt alter sag mal was ist mit euch hier in ordnung ah scheiße also ich muss sagen die korvette fühlt sich ein bisschen träge kann ich die irgendwie hier ok das geht nicht ich glaube mit der korvette wurde es hier doch noch ein bisschen schwieriger ich hätte dir für weil die mir jetzt richtig an der backe hängen aufpassen dass ich wieder hier in die wand fahre hier aber ihre kontinuierliche beschleunigung ist ja nicht mal so schlecht ne ah scheiße zu hat die wand geknallt aaaah ich stelle mich gerade an wie der erste mensch ey ich meine die hat beschleunungstechnisch kann man nicht sagen ne also aber straßenlang technisch die holt mich mit später da drüben ist schneller ich bin der erste also die hat eine kontinuierliche beschleunigung vor allem mit nitro vielleicht schaffen wir dich auch in dieser episode jules herauszufordern mal gucken ah jetzt haben wir natürlich da hat es die cops weg ja hauen und das sind die nächsten cops scheiße okay wenn ich mich ja an den fasst in der korvette gewöhnen dann klappt das vielleicht ein bisschen besser weil der bmw hat eine deutlich direkte steuerung direktere steuerung meine ich dreck sonne alter aaaah jetzt wackelt die so ja natürlich die macht ja auch vollkommen sinn jetzt der scheiß hier was wird die gerade für eine aktion so wollen wir da entkommen kommen wir mal so rum jetzt haben wir sicher dass ich jetzt die bullen stufe 1 ist hier loswerde also das war jetzt echt ein hammer ey alter kipps mal an wie die korvette vermatscht ist alter komm flucht 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 ah scheiße hey man bleibt auch bei der zeitlupe wie der wagen stark nach außen zieht ich hoffe dass ich jetzt hier am golfplatz entkommen kann nein ich bin schon auf dem highway das wollte ich aber nicht sehr schön das hat hier recht ich bin es was geht ab ich weiß dass dieser typ rock dich unterstützt ich frage mich nur warum ein bisschen unnormal wenn du mich fragst aber andererseits was kümmert es mich vielleicht kennt ihr zwei süßen euch aus dem knast alter wenn es sich nicht kümmert warum quatsch du mich dann voll du penner alter hätte es nicht sparen können die nachricht du arsch so zurück zum unterschlupf wechseln wir wieder zum bmw da ist er und wir können mit dem renn weiter machen so vielleicht schaffen wir ihn ja in dieser episode jubels zu besiegen wir fangen erstmal an mit dem ko renn also ganz so stark runter gerutscht und mit der fahndungs stufe aber gut ist mir lieber so als wenn ich auf stufe 4 mit dem bmw v und die bull ja nicht mehr los werde weil ich verlieren einfach zu viel zeit damit so so ich muss sagen mit dem bmw fahren macht einfach viel mehr spaß später kommt noch der lambo hinzu aber den weg dann erst wirklich richtig intensiv benutzen wenn ich die jackman teile habe also alle für den oder zumindest für den carrera gt von porsche und ja mit den jackman teilen da sieht ja beim w auch ganz schön alt aus ist einfach so aber die carrera gt kriegen wir erst frei wenn wir die nummer 3 der praktisch besicht haben da ist dann dauert es noch ein bisschen bis dahin bestreiten wir natürlich das spiel hauptsächlich mit dem bmw hier einfach weil seine fahrweise und steuerung und beschleunung wirklich sehr direkt und sehr aggressiv sind denn der beschleunigt wirklich wie hölle und auch die steuerung spricht sehr direkt an bei der corvette war es halt ein bisschen mehr schwammig so haben wir zwei von drei rein ohne slight closed kanne an wann die bande so geschafft noch mal eine scharfe kurve hier und dann noch mal eine aber hier kommen wir jetzt auch so rum dachte ich zumindest und letzte runde aber eine ziemlich kurze runde diesmal weil ich es sehr schön finde und eine minute fahren das spart zeit das ist gut auch wenn die letzten kurven ja so ein bisschen bescheuert sind aber manchmal echt hierfür kommst du so um die kurve schon rum als mit bulletin aber ich glaube das habe ich schon mal erwähnt so in der richtung jawohl so das haben wir du sollst verdammt noch mal das rennt ja anmachen fick dich was soll denn das mann ich drücke jetzt auf das steuerkreuz wird die macht mir die falsche scheiße auf hier noch ein k.o. renn und ich hoffe dass ich den nächsten weg das ging in dieser episode locker 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 flog egal vergesstet es soll nicht sein das war schlecht hier auf jeden fall mit bulletin rum so 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 das war runde nummer eins das war runde nummer eins jetzt aber hier eine zeitgruppe rum weil nochmal fahrgierig in die wand deut ah weg da Und letzte Runde, Freunde. So, wenn ich gerade so ein bisschen ruhig bin, ich bin schon wieder... Ah, in Gedanken. Das heißt, ich fang wieder an, müde zu werden. Ich habe ja bestimmt von Episode 8 bis 15 aufgenommen und immer 30 Minuten, manche liegen sogar länger. Ihr könnt euch jetzt vorstellen, was ich jetzt hier an Zeit heute investiert habe. Ist ja auch Sonntag, da darf ich mit. So, und das war's. Sehr schön. Hey, ich habe gerade gehört, dass Razer Leute dafür bezahlt, um dich auszuschalten. Keine Ahnung, wie weit das geht. Also, pass auf. Trau keinem, bis das vorbei ist. Ich melde mich wieder. Ja, das wäre natürlich schön, wenn auch, äh, wenn du bei solchen Sachen, die gesagt haben, auch mal ein paar Taten folgen würden. Aber man erfährt leider nie wirklich, was passiert ist. Zum Beispiel, was auch Mia letztens gesagt hat. Das sind hier so, als wir geplant sind, dass das passiert und du dich einfach fragst, was meint ihr denn eigentlich? Was ist denn hier passiert? Das wird ja nicht erklärt. Hier tauchen auch keine Leute, auf die mich ausschalten sollen. Schade. Das wäre natürlich schön konsequent gewesen. Was? Dritter? Geht jetzt schon wieder los hier, oder was? Was? Ah, weg hier! Alter! Meinst du, scheiß Mautstelle, alter! Oh, jetzt bin ich wieder erster. Ne, zweiter wieder. Verdammt! Aber eh, noch 30, kann man schneller als Ecke. Kann hier sein, alter! Alter, wollte ich mich verarschen, wie sollst du, wie sollst du, wie sollst du, wie sollst du denn da, ihr Wichser, Mensch? Alter! Mann, ey! Mann, ey! Das ist nicht euer Ernst, alter! Jetzt geht es schwer los, ey! Die gibt's doch ja, ne! Mann, ey! 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 geht verkehren weg bitte 329 genauso wie das haben und sagt dass ich das nicht schneller seite der drastik ist aber richtig aus alter und von rechts mal wirklich hier so wahnsinnig schnell jetzt durch die scheiß maustellen kack den gefahren alter blitznicks rennen hier solle menschlich hier ich sehe nichts das soll nicht dinge sind ist mir einfach zu hoch alter endlich halt da fehlte kann nicht sein dass die mit immer so dermaßen schnell ach hängt mich am arsch ich weiß dass du gegen mich antreten würde aber ist mir gerade ja wir fallen auch mit den nächsten malen noch zwei rennen zu ende hier wir haben noch zwei maustellen rennen die fahren wir jetzt auf jeden fall noch alter fehlter die frage aber auch mit unfassbar hohe geschwindigkeiten durch die blitznicks rennen alter ist ja nicht mehr normal alter ich kenne mich übrigens gerade auch welcher mustang mir besser erfällt der von jules oder der von razer wenn diese bilden die hässlich meine meine von optik ja so ist ab hier kommt macht das macht das vom macker kommst genau Also wir haben eh noch genug Zeit. Das schaffen wir locker. Also in dieser Episode nehmen wir uns auf jeden Fall Jewels vor. So, nächste Maulschreit in 56 Sekunden. Laut Plan, aber wir sind früher da. Das ist ja schon. Und jetzt haben wir eh noch vor uns. Das ist dann die letzte und dann haben wir die Schaft. Und die ist natürlich hier vom Highway. My way on the highway. So, das war das erste Maulschreit-Rennen, was noch übrig ist. Eines haben wir noch. So, kippen wir uns die Madame vor. So, kippen wir noch. Schön durch hier. Wieder vier Maulstellen. Und die erste dürften wir gleich durchqueren. Da ist sie. Warte, ich will die jetzt echt besiegen, die alte. Ah, scheiße. So, das war die erste Maulstelle. Drei haben wir noch vor uns. Ah, Alter. Was war das jetzt gerade eben? Kamen da gerade so unsichtbare Arme aus der Wand, wie bei Silent Hill 4? Und haben ein Auto zur Seite gedrückt. Und warum ist er so stark weggezogen gerade eben da rechts hier? Alter, Alter. Oh, Alter. Nein. Bleib doch mal hier mit dem Arsch. Oh, so ein langes Trend hier gerade wieder. Alter. Wann, wo ist die nächste Maulstelle hin? Leute, das ist doch nicht... Wann kommt die nächste Maulstelle? In zwei Stunden. Die nächste Maulstelle. Die ist Ewigkeiten weg. Ah, weil auf den Highway... Da vorn ist sie. Die vorletzte. Und kommen, dass sie auf dem Highway bleiben dürfen. Das ist die letzte... Ja, die letzte ist auf jeden Fall auf den Highway. Hinterm Tunnel die. Da ist sie. So. Dann knöpfen wir uns jetzt Jewels vor. So. Los geht's. Sprint und Drag. Durfte kein Problem sein. Vom vielen Fall auf den Drag-Rennen nicht. Da steht sie. Wie gesagt, der Mustang sieht auch richtig geil aus. Und ich weiß gerade nicht, welcher Mustang mir besser fällt von Optik-Care. Ihrer oder der von Razor. Okay, Sprint-Rennen. Als erstes. Hier müssen wir aufpassen, dass uns die Alter nicht so sehr am Arsch klebt. Wir haben hier wieder ein Lange drin. Das Ding wird bestimmt von dreieinhalb bis vier Minuten jährend. Hau ab, Mädel. Mach dich vom Acker. Du wirst auf jeden Fall von mir absalviert. Da kannst du dich drauf verlassen, Mädel. Und rum. Ja, man damit klebt noch so am Hinter. Ist ja schön, dass sie uns hinterher rennt. Fühl mich auch sehr geehrt. Aber in diesem Spiel gehört mein Herz halt nochmal mir. Haha. Ist halt so. Die Traumfrau, mit der ich nicht schlafen durfte. Eine von vielen Traumfrau, mit der ich nicht schlafen durfte, wenn wir schon mal dabei sind. Hahaha. Ah. Falls jemand fragt, ja, der Huckel ist durstig. Hahaha. Ich schimmel mich nicht dafür, hier Josie Meryl in Unmost Wanted öffentlich anzudursten. Es ist, wie es ist. Oder um mal hier ein Dorf Lundgren zuzitieren aus Rocky IV. Wenn er durstig ist, ist er durstig. Genau. Ah, halt. Na, 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 komm. Bleib gerade. Fast am Ziel. Eine Kurve noch. Nehme ich die hier. Ja, zwei Kurven noch. Scheiße. Ich glaube nicht verrechnet. Das war die letzte Kurve. Wow. Alter, hätte ich jetzt nicht die Z-Clip-Bal gemacht an der Innenstelle, hätte der Wagen mit Tango getanzt. Da hätte ich halt ausgesehen. So. Damit sind wir einmal so weit über der Zeit. Ist doch schon mal nicht schlecht. Nicht perfekt geschaltert, aber immerhin gut. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht der Motor explodiert hier. Ah, naja, wir sind im roten Bereich. Der hat jetzt beinahe kracht. Beinahe hat sie kracht. So, damit hätten wir auch Blackness-Gegner Nummer 9 vom Thron gefähigt hier. Von ihrem persönlichen kleinen Thron auf Platz Nummer 9. Und wie immer, natürlich, Junkment-Teil mitnehmen. Ganz klare Geschichte. Und Gegnerfahrzeug-Schein. Ich darf ihren Bus lang fahren. Wie geil ist das denn, Alter? Ah, herrlich. Wer wird das jetzt nochmal? Ah, Case, genau. Ich zeige dir, man hat vergessen. Kira Nakazato, Case. Case hat echt einen Dachschaden. Wenn sie mit ihrem Bescheidenen König nicht weiterkommt, rammt sie sich einfach den Weg frei. Das Mädchen ist fieser als man denkt. Sie zeigt alles, was in die Quere kommt. Ich hab mit dir echt was gemeinsam. Baby, du kommst in meine Friendzone. Kannst doch nicht drauf verlassen. Nicht eingeschlossen. Die hat kein Problem damit, sich eine Beule zu holen, nur um dich platt zu machen. Wir haben eine Menge gemeinsam, Mädel. Du kommst in meine Friendzone. Definitiv. Kami Case. Naja. Und da ist er mit dem Mercedes. Bäm. So. Hey, hier ist Ronny. War es zu leicht gegen ihn? Na gut, wir werden sehen, wie leicht es wird, wenn wir gegeneinander antreten. Äh, sag mal, äh, gegen ihn? Sag mal, fühlt sich die alte als Mann, die wir gerade besiegt haben? Oder was ist hier gerade los? Äh, ja. Gut. Na, warte mal, Ronny. Wenn wir aufeinander treffen, exerwähle dich sowas von ab, du Forel, alter. So, damit endet diese Episode. Wir haben, äh, mal wieder, äh, ja, was ich schaffe, nächste Runde, nächste, äh, ist von da klar. Kopfgeldfarming. Äh, ich hoffe, wir können diese Reihenfolge so weiter beibehalten. Aber wir kommen langsam in den, in dem Bereich, wo die Rennen doch schon anfangen, etwas länger zu werden. Und ich glaube, da rechnet er nicht mehr aus, dass wir in jeder Folge farmen können und die Leute abservieren. Bis jetzt finde ich es aber gut, dass die Reihenfolge sich so eingebürgert hat. Immer so schön im Wechsel abservieren, äh, äh, erstmal Kopfgeldfarmen, abservieren, Kopfgeldfarmen, abservieren. Das ist richtig geil. So kann man sich natürlich schön systematisch durchhämmern. Ähm, ich bin immer spannend, weil ich diese, äh, diesen, diesen Ablauf dann, äh, unterbrechen muss. Weil die Rennen einfach zu lange dauern und ich, äh, ich dann nicht mehr eine halbe Stunde schaffe, die, äh, die Leute zu, äh, zu besiegen. Kann aber auch sein, dass ich trotzdem in der Durchzählung die, die Videos dann länger werden, ist mir auch real. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr dann hoffentlich trotzdem mit dabei seid. Und damit verabschiedet mich mit diesen Worten von dieser Episode. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin sagt wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, da wende ich dann das Recht. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und Tschüss.